Ihr Kreisky Guten Abend, liebe Freunde des Kreisky-Forums. Wir setzen heute unsere Reihe zu Afrika fort mit einem Thema, mit dem wir anschließen an das, was wir schon vergangenen September vorgehabt hatten. Sie können sich erinnern, dass wir damals einen Abend zur Frage des bevorstehenden EU-AU-Afrika-Gipfels machen wollten mit Gerd Laporte, einem der besten Kenner und Vizepräsidenten des Thinktanks, der die EU-In-Afrika-Fragen berät. Das ist von Covid gestört worden. Der Abend konnte nicht stattfinden. Gerd Laporte konnte nicht herkommen. Und schlussendlich, kaum zwei Wochen später, ist der für vergangenen Oktober vorgesehene Gipfel abgesagt worden. Bis heute ist noch kein neuer Termin festgelegt worden. Ich glaube, man kann auch sagen, dass die Absage auch noch für sich zu einem Gefühl der Erleichterung geführt hat, weil viele Dinge noch völlig ungeklärt waren. Eines der Themen, das wir bei diesem Gipfel erwartet hätten und das wir an diesem Abend besprechen hätten wollen, war die Frage der guten Regierungsführung und der Demokratie. Nun ist es so, dass der jüngste Afrika-Gipfel der Afrikanischen Union vor etwa einer Woche den Präsidenten der AU-Kommission neu gewählt hat. Zu einer zweiten Amtsperiode handelt es sich um Moussafaki Mahamad, früherer Außenminister und dann Premierminister vom Tschad. Und Moussafaki hat vor wenigen Tagen ein Interview gegeben, in dem er nun genau auf diese Frage Bezug nimmt. Und ich möchte diesen Text jetzt hier lesen, um Ihnen ein Gefühl zu geben, worüber wir heute sprechen wollen. Er meint, dass Afrika bei der Krisenbewältigung einer Reihe von Herausforderungen gegenübersteht. Demokratie und Verfassungsrecht hätten in Afrika große Rückschläge erlitten. Die afrikanische Charta für Demokratie, Wahlen, gute Regierungsführung, werde weiterhin von den Mitgliedstaaten missachtet. Wahlen, die ja die Basis für einen friedlichen Machtwechsel seien, hätten sich zu einem Auslöser für Instabilität auf dem Kontinent entwickelt. Afrika müsste sich daher hervorrangig die Frage stellen, warum diese Regeln völlig ungeniert missachtet würden. Es gäbe zunehmend Massenkundgebungen. Und wenn es uns nicht gelinge, auf die Forderungen unserer Bürger einzugehen, werden wir weiterhin mit militärischen Staatsstreichen, Rebellionen, Aufständen und Revolutionen konfrontiert sein. Die führenden afrikanischen Politiker müssten darauf eine Antwort geben. Weil diese Staaten souverän seien, könne die AU selber nur eine beratende Rolle einnehmen. Die Zeit sei also gekommen, darüber nachzudenken, ob unser Modell der Regierungsführung unseren Realitäten und Erwartungen unserer Bürger entspreche. Er wolle eine große intellektuelle und politische Debatte darüber einleiten, welches das beste demokratische Modell für den Kontinent sei. Soweit also dieser Text. Und ich glaube, wir können ohne weiteres sagen, dass das genau die Themenstellung ist, die wir uns für heute Abend vorgenommen haben. Wir können aber auch sagen, dass hier im Prinzip genau die Fragen angesprochen sind, die auch uns in der westlichen Welt beschäftigen, nämlich die Demokratiefrage und wie wir unsere Demokratie weiterführen. Wir haben uns vorgenommen, diese Frage anhand eines konkreten Beispiels abzuhandeln, nämlich dem Senegal, wo es zwar auch Probleme gibt, wo aber gesagt werden kann, dass der Senegal doch das Abgleiten in die Gewalt weitgehend vermeiden konnte. Caroline Gudenus, die uns heute gegenüber sitzt, möchte ich hier sehr herzlich begrüßen. Sie war zuletzt Botschafterin im Senegal. Ich kenne sie seit langem, wir haben viele Jahre miteinander gearbeitet und sie ist sicher eine der besten Kennerinnen afrikanischer Fragen, die es im österreichischen Außenamt gegeben hat und immer noch gibt. Und ich möchte jetzt Sie bitten, zunächst einmal den Senegal als Land und ihr Zusammentreffen mit diesem Land vorzustellen und dann sozusagen im Licht der Themenstellung, Demokratie und Regierungsführung auf die jüngste politische Entwicklung des Senegal einzugehen. Caroline, ich möchte dich einladen, jetzt das Wort zu ergreifen. Danke vielmals. Ja, also ich war von März 2015 bis Juli 2019 Botschafterin in Dakar und die Botschaft in Dakar ist zuständig nicht nur für den Senegal, sondern für acht andere Staaten im westlichen Westafrika, hauptsächlich Frankophone, aber auch Anglophone und ein lusophones Land. Das war eine große Herausforderung, sich mit neuen Staaten zu beschäftigen, die teilweise ja auch sehr problematisch waren. Wir denken zum Beispiel an Mali, Côte d'Ivoire oder auch dann zeitweise Burkina Faso, das Österreichs, oder eines der Kooperationsländer von Österreich ist. Die Botschaft in Dakar besteht seit 1964. Der erste österreichische Vertreter war Botschafter und der spätere Außenminister Peter Jankowitsch. Es gab bis 2008 ein Kooperationsbüro, also ein Entwicklungszusammenarbeitsbüro. Bis 2011 gab es an der Botschaft auch einen Migrationsattaché und seit 2017 gibt es einen Militärattaché, was auch ein bisschen eben die Schwerpunkte und die Aufgaben der Botschaft charakterisiert. Ich möchte zuerst vielleicht einen kurzen Überblick, sozusagen eine Zeitlinie zur Geschichte des Senegal geben. Ausgehend von einem Ghana-Reich ab dem 9. Jahrhundert, also ab 900, kommen dann die Berber in diese Region und bringen auch den Islam mit sich. Im 13. Jahrhundert entsteht ein Mali-Reich. Dieses wird dann im 14. und im 15. Jahrhundert von einem Wolof-Reich abgelöst. Wolof ist der dominante Stammethnie in dieser Region. Und danach gibt es dann einen wechselnden Besitz, zunächst einmal Handelsniederlassungen der Portugiesen, dann kommen die Niederländer im 16. Jahrhundert und schließlich wechseln die Besitzungen zwischen Frankreich und Großbritannien, bis dann endgültig 1844 Frankreich dieses Gebiet übernimmt und 1895 wird diese Region zu einer französischen Kolonie und die Unabhängigkeit bekommt der Senegal in zwei Stufen. Zunächst 1958 wird es zu einem autonomen Gebiet und dann 1960 erlangt es die Unabhängigkeit. Der erste Präsident ist Leopold Sedar-Senghor. Die Staatsform ist eine präsidiale Republik, die an Frankreich orientiert ist. Zunächst gibt es eine Einparteienherrschaft und es gibt in politischen Krisen auch Demonstrationen und im Laufe der 70er-Jahre kommt es zu einer schrittweisen Demokratisierung. Es werden auch Parteien zugelassen, aber sehr beschränkt. Unter Sedar-Senghor sind also nur vier Parteien zugelassen. Es gibt Wahlen 1963, 68, 73 und schließlich 78, wo Senghor wiedergewählt wird und 1980 tritt Senghor dann zurück und übergibt das Zepter an seinen Vertrauten und Ministerpräsidenten Abdou Diouf. Die Partei, die hinter ihm steht, ist zunächst die Union Progressiste Senegalais, die später dann umgenannt wird in Partie Socialiste Demokratie, Demokratik. Abdou Diouf macht aufgrund von auch wieder Demonstrationen von der Straße weitere Demokratisierungsschritte. Zum Beispiel, wir werden alle Parteien zugelassen, also das wird geöffnet. Diese Zeit, die 80er-Jahre, sind geprägt durch wirtschaftliche Schwierigkeiten, sinkende Preise der Erdnüsse, Erdnüsse, die eine Cash Crop und ein wichtiger Teil der senegalesischen Regierung sind. Und 1995 kommt es dann zu einer neuen Regierung mit Beteiligung der Opposition, was auch schon eher eine Seltenheit unter den afrikanischen Ländern ist. Es gibt auch Konflikte, da in diese Zeit fällt der Casamance-Konflikt, also der Konflikt mit einer südlichen Region des Senegal. Und 2000 schließlich bricht diese Regierungskoalition auseinander. Die islamische Bruderschaft, die eine Institution ist im Islam, die eine wichtige Rolle spielt im Senegal, entzieht Abdou Diouf die Unterstützung und der Oppositionspolitiker Abdoulaye Ouad gewinnt im zweiten Wahlgang die Präsidentschaftswahlen. Das wird betrachtet als einer der ersten friedlichen Machtwechsel südlich der Sahara. Vielleicht kann ich jetzt einmal einhaken hier und ein paar Punkte noch aufgreifen. Das erste ist, du hast gesprochen von der zurückliegenden Geschichte des Senegal, das Ghana-Reich, das Mali-Reich und andere Königreiche. Das ist ja einer der Punkte, der Afrika immer wieder aus der europäischen Sicht hernachhängt, dass wir Afrika sehr oft als geschichtslos betrachten. Der französische Staatspräsident Sarkozy ist berühmt und berüchtigt geworden für seine Dakar-Rede im Jahr 2007, wo er eine Art Hegel-Paraphrase gebracht hat, Afrika sei noch nicht genügend in die Geschichte eingetreten. Das hat natürlich einen Proteststurm der Intellektuellen ausgelöst. Aber eins muss man hier wirklich sagen, über lange Jahre hat Europa die Geschichte Afrikas nicht zur Kenntnis genommen, weil es keine schriftlichen Unterlagen gegeben hat. Die Unterlagen für die afrikanische Geschichte findet man in den Reiseberichten meistens der Araber, aber schon zu römischen Zeiten hat es Reiseberichte gegeben, die von Herodot oder Plinius gebracht wurden. Es sind heute sehr stark die Ausgrabungen und es ist immer wieder auch die mündliche Überlieferung. Und wir kommen heute dazu feststellen zu müssen, dass es sehr wohl geformte und gestaltete Gesellschaften gegeben hat, die hoch geordnet waren und dass man nicht sagen kann, dass hier erst der Kolonialismus eingetreten ist mit einer demokratischen Ordnung und Afrika hier noch immer nicht weitergekommen sei. Möchtest du sagen? Ja, dass ich sicher zutreffend es hat natürlich vorher auch Institutionen und staatliche Strukturen gegeben und der Kolonialismus hat dann seine eigenen darauf gestülpt, teilweise auch die bestehenden natürlich vernichtet. Das ist eben auch eine der großen Fragen oder Probleme, die sich mir die für mich wesentlich sind ist was gibt es für Institutionen was gibt es für staatliche Institutionen in afrikanischen Ländern wie stark sind sie ausgebildet wie lang haben sie eine Tradition Parteien staatliche Strukturen allgemein das sind alles Dinge die der Westen oder die Kolonial Herrschaft ihnen gebracht hat und die teilweise weiterentwickelt worden sind aber zu einem großen Teil wenig weiterentwickelt haben und heute und schon lange beitragen zur Schwäche und zur Problematik der demokratischen Entwicklung dass man eigentlich sagen könnte Afrika steht heute vor dem Problem auf welcher Basis es eigentlich seine eigene politische Regierungsführung aufbauen sollte auf der alten Basis der afrikanischen Traditionen die es ja offensichtlich gibt oder auf dem von uns hereingetragenen Institutionenwerk das eben nicht ein afrikanisches ist das ist sicherlich die Frage es stellt sich allerdings die Frage was ist übrig von diesen afrikanischen Strukturen eine fällt mir ein oder Strukturen kann man nicht sagen aber von diesen afrikanischen Vorgehensweisen demokratischer Natur was mir zum Beispiel einfällt ist die wie fand und wie findet man in Afrika zu einem Konsens was bekannt ist ist zum Beispiel eben die in den Stammes Gebieten oder in Dörfern setzen sich alle Männer hauptsächlich unter einem Baum und Palavern das ist sozusagen das Bild das wir von afrikanischer Konsensbildung haben diese Form ist zwar möglich natürlich im kleinen Rahmen ob sich das umlegen lässt auf Staaten ist fraglich in gewisser Weise gibt es ein Beispiel zum Beispiel in Südafrika wo die Verfassungsverhandlungen vor den ersten demokratischen Wahlen 1994 die eine ganze Reihe von Parteien umfasst haben die haben so lange diskutiert bis es einen was sie genannt haben damals ausreichenden Konsens gegeben hat und für mich ist das ein bisschen so in die Richtung eben von afrikanischer Vorgangsweise also es ist nicht die Mehrheit die sozusagen den dem Rest ihren Willen auf zwingt oder aufdrückt sondern man diskutiert eben so lange bis es einen ausreichenden Konsens gibt das wäre meiner Ansicht nach zum Beispiel eine Vorgangsweise die die man vielleicht auch auf staatlicher Ebene durchaus annehmen könnte und den sich Musa Fakli in seinem angesagten Nachdenkprozess jetzt auch anschauen könnte genau gehen wir jetzt noch einmal zurück wie ist die Geschichte im Senegal weitergegangen wir waren im Jahr 2000 Abdullai Wad ist gewählter Präsident wie war die weitere Entwicklung Abdullai Wad hat auch wieder einige Verfassungsreformen unternommen unter anderem auch die Amtszeit des Präsidenten am Anfang seiner Amtszeit auf sieben verlängert und dann am Ende seiner Amtszeit nein umgekehrt am Anfang seiner Amtszeit auf fünf und am Ende seiner Amtszeit auf sieben wieder verlängert so wie sie auch unter Abdu Diuf festgelegt worden ist also das ist auch ein Beispiel von ständigen hin und her was die Amtszeiten des Präsidenten betrifft die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist gegen Ende oder gegen in seiner zweiten Amtsperiode vor allem stark angestiegen weil es gab von ihm sehr große Projekte die sehr viel Geld verschlungen haben die aber der Bevölkerung nicht sehr viel gebracht haben zum Beispiel die riesige Statue der afrikanischen Renaissance die bei der Bevölkerung großen Widerstand hervorgerufen haben aber auch andere und es wurde eben auch kritisiert dass sehr viel in die Taschen verschiedener Politiker investiert wurde zum Beispiel auch dem Sohn von Abdullahi Wad Karim Wad der mehrere Ministerien unter sich hatte die alle zu tun hatten mit Infrastrukturbauten und Projekten und überall wo man was abschöpfen kann was auch die möglich auch die die eine Tatsache oder eine Vermutung war und schließlich hat er versucht in einer Verfassungsreform auch die die Macht im Präsidenten zu stärken einen Vizepräsidenten eingeführt und die Erfordernis bei Wahlen nicht über 50% im ersten Wahlgang gewinnen zu müssen sondern bereits mit 25% die Wahlen gewinnen zu können das hat schließlich dann eine Zivilgesellschaft auf den Plan gerufen die ganz vehement sich gegen diese Verfassungsreformen gewendet hat die Organisation Ionna Mar also es reicht und die ging auf die Straße und hat wirklich im letzten Moment sozusagen vor dem Parlament derartig stark und eindringlich protestiert dass schließlich diese Verfassungsreform im Parlament vom Präsidenten Abdullah Wad zurückgezogen wurde also da sieht man dass die Straße da einen sehr großen Einfluss gehabt hat das war 2011 2012 haben dann Wahlen stattgefunden und Ionna Mar hat sich hinter den stärksten Konkurrenten von Noad gestellt der Macky Sall der dann auch im zweiten Wahlgang die Wahlen gewonnen hat unter anderem auch mit dem mit dem mit der Forderung oder dem Versprechen er würde die Amtszeit des Präsidenten wieder auf fünf Jahre reduzieren was dann auch geschehen ist und auch mit das Versprechen war auch Korruption zu bekämpfen die Verwaltung zu reformieren die sehr schwerfällig ist im Senegal das ist nur sehr teilweise gelungen also die Verwaltungsreform zum Beispiel diese Doppelgleisigkeit zwischen Ministerien und den operationellen Armen dieser Ministerien den Agenturen wie sie heißen die betrachtet wurde einfach als Posten Lieferant die wurde das ist ihm also nicht gelungen das zu beseitigen kann ich jetzt noch einmal einhaken wir haben jetzt schon eine ganze Reihe von Elementen identifiziert die hier zum Tragen kommen das stärkste ist wohl offensichtlich immer die Persönlichkeit und die Rolle des Führers des Präsidenten was immer wieder herauskommt die andere Frage war die der Rolle einer Zivilgesellschaft die du zum Schluss erwähnt hast es gibt Unzufriedenheit die sich dann in Protesten entlädt was nicht wirklich noch zur Diskussion gestanden ist du hast es erwähnt Parteien wie vermischt sich jetzt diese Frage Präsident Zivilgesellschaft Parteien und ein Thema das ich vielleicht auch hereinbringen möchte ist die Frage der Rolle der Nationalitäten der Ethnien in diesem Zusammenhalt welche demokratische Rolle spielen diese einzelnen Elemente also im Senegal ist vielleicht etwas speziell wenn ich meine die Länder betrachte die ich über die ich zu denen ich zuständig war dann ist mir im Senegal aufgefallen dass die Ethnie eine geringe Rolle spielt im politischen Leben ich führe das zurück auf die Rolle oder die die Fähigkeit des ersten Präsidenten Sedar Senghor Leopold Sedar Senghor der dem es gelungen ist meiner Ansicht nach ein Nationalgefühl eine nationale Identität zu bewirken und zwar durch Kultur Sedar Senghor war ja selber Poet Philosoph er war sehr sehr kulturorientiert auch sehr europa orientiert aber er hat mit Kultur und Kultur spielt heute und spielte damals eine sehr große Rolle es gibt hervorragende Literaten es gibt Maler Bildhauer Musik ist sehr bedeutend es gibt eine Biennale in Dakar die die größte und ich glaube einzige in der Art in Afrika ist und ich glaube er hat durch die Kultur eine nationale Identität geformt er hat zum Beispiel in den ersten Jahren seiner Amtszeit oder nach der Unabhängigkeit waren etwa 30% des Budgets gingen in Kulturprojekte was also schon gewaltig ist ich könnte hier einwerfen für alle die das vielleicht schon hier im Kreis geformt auch verfolgt haben wir hatten genau im Bereich Kultur bereits einige Veranstaltungen eines war die Präsentation von Sheikh Hamidou Khan und seinem Roman L'Aventure Ambiguë das zweifelhafte Abenteuer der deutsche Titel hat damit nichts zu tun die Probleme des Musa Samba L'Aventure ist ein Schlüsselroman nicht nur für Senegal sondern für ganz Afrika der Zusammenstoß zweier Kulturen jene der Kolonisatoren und die eigene afrikanische Kultur das spielt bis heute eine Rolle die man absolut nicht unterschätzen darf wir hatten auch die Migrationsfrage anhand eines Romans und eines Films abgehandelt von Ablase Dion und letzten Endes hat immer wieder mitgeschwungen auch bei einigen dieser Diskussionen die das Romanwerk von Sam Ben der ja in Senegal lange verboten war weil er extrem regimkritisch geschrieben hat okay ich finde die Frage der Kultur finde ich auch in der heutigen Diskussion interessant nämlich die Diskussion ist Kultur systemrelevant also ich denke im Senegal war sie durchaus systemrelevant und hat eben dazu beigetragen dass Ethnien eine sehr geringe Rolle spielen im Verständnis der Senegalesen als Nation und daher und ich glaube das ist auch ein Grund warum im Senegal sehr vieles sehr viel weniger konfrontativ und gespalten vor sich geht ja vielleicht sollten wir hier auch sagen weil du das ja auch so dargestellt hast im Senegal spielt das eine geringere Rolle man muss sagen dass es in einigen afrikanischen Ländern eine viel stärkere Rolle spielt in manchen eine essentielle ganz sicher in Kenia ist das Ethnienproblem ein wesentliches in Mali in Cote d'Ivoire ist auch in Mali und in der Cote d'Ivoire ganz besonders ein Beispiel das wir auch gut kennen ist Burundi hier gibt es im Wesentlichen nur zwei Ethnien die Hutus in Tutsis da ist es gelungen das Ethnienproblem über eine Verfassungslösung zu entschärfen ob das letztendlich halten wird das muss man noch abwachen sehen du hast Parteien auch angesprochen im Senegal gab es unter Senghor zunächst einen Einparteien Staat und dann später hat er vier Parteien zugelassen und unter Abdou Diouf gab es dann eine ganze Vielzahl von Parteien was mir auffällt im Senegal insbesondere aber ich glaube es gilt auch für viele andere Länder ist dass das Verständnis der Zugehörigkeit zu einer Partei ein anderes ist als in Europa also im Senegal war es so dass vor Wahlen sind Parteien entstanden es sind Parteikoalitionen entstanden auch wieder zerfallen es sind Leute von einer Partei zur anderen übergelaufen also es ist eine sehr wie soll ich sagen pragmatische oder vorteils orientierte vorteils orientiertes Verständnis der Zugehörigkeit zu einer Partei was sicherlich auch darauf zurückzuführen ist dass es nicht wie es in Europa eine gewachsene Parteien gibt also in Europa sind die Parteien über die Jahrhunderte gewachsen das gibt es in Afrika nicht in sehr vielen Ländern anderen Ländern nicht im Senegal sind Parteien auch Ethnien basiert sie sind auch im Senegal sehr stark um Persönlichkeiten formiert und es gibt nicht diesen ideologischen Unterbau oder viel weniger diesen ideologischen Unterbau den es bei europäischen Parteien gibt Okay vielleicht ganz kurz ich meine in Europa gibt es diesen Unterbau ganz sicher einen gesellschaftspolitischen und ideologischen allerdings müssen wir auch sagen dass dieses Verständnis von Parteien heute in Frage gestellt wird zum Teil auch mit Megaproblemen mit denen wir konfrontiert sind die Pandemie ist eines davon der Klimawandel ein weiteres die Ungleichheit im Wohlstand des Einzelnen ist ebenfalls ein Problem das sich eben nicht nur mit links und rechts erklären lässt und heute zu einem Grundproblem geworden ist und die Frage ist natürlich wie sehr wird das unser Parteien Konstrukt verändern und wie sehr werden solche Fragen auch in Afrika im politischen Leben Eingang halten das das ist die Frage man wird sehen wie Parteien sich ob sich Parteien festigen können und um welche Fragen herum sie sich formieren im Moment sehe ich also nicht dass da eine Entwicklung in eine stabilisierende Richtung in Afrika gehen wir vielleicht noch einmal auf das Grundproblem zurück wie funktioniert der demokratische Prozess wir haben das ein bisschen um die Wahlen herum angelegt man muss natürlich sagen die Wahlen sind ja nur ein zentraler Punkt der aber sehr wohl von Musafaki auch erwähnt wurde Wahlen sind heute zu einem Auslöser für Instabilität auf dem ganzen afrikanischen Kontinent geworden Musafaki erklärt ja auch dass es heute keinen Krieg bewaffneten Konflikt zwischen afrikanischen Staaten gibt alle Konflikte von denen wir ständig hören sind staatsinterne Konflikte und daher ist genau dieser Ablauf der demokratischen Vorgänge so wichtig geworden und man muss schauen wie das funktionieren kann wir hatten in den letzten Monaten eine ganze Reihe von Wahlen die schlecht gelaufen sind die zentralafrikanische Republik wo die Opposition schlussendlich sich geweigert hat überhaupt an den Wahlen teilzunehmen und heute den Sieg des Präsidenten Thuadera als illegitim hinstellt wir hatten die Wahlen in Tansania wo die Pressefreiheit aber wirklich mit Knüppeln niedergedrückt wurde wir hatten die Wahlen in Uganda Uganda ein Paradeland eines fortschrittlichen Präsidenten heute ist er bereits bei seinem sechsten Mandat und das Ende ist nicht abzusehen es sind und für das Jahr 21 sind eine ganze Reihe von weiteren Wahlen vorgesehen die alle mit solchen Problemen zu tun haben allerdings darf ich da ein bisschen einfallen auch es gibt auch positive Beispiele aus meinem nur aus meinem Amtsbereich es gab einen gelungenen mit Schwierigkeiten aber doch gelungenen Regimewechsel in Gambia ich konnte das wirklich aus der Nähe miterleben Yahia Djamé wurde der sich 1994 an die Macht geputscht hat und dann über Jahre auch Wahlen abgehalten hat die alle ihn bestätigt haben es haben dann im Jahr 2016 hat sich dann endlich die Opposition auf einen Politiker einen Kandidaten einigen können es wurden wieder Wahlen abgehalten Djamé war sich so sicher dass er die gewinnt dass er so ganz perplex war dass dann die Wahlen nicht für ihn ausgegangen sind er hat dann versucht an der Macht zu bleiben schließlich mit Hilfe der ECOWAS dem Präsidenten von Mauretanien der sehr stark involviert war zum Abtreten zu überreden ist er gegangen und Adama Barrow der die Wahlen gewonnen hatte hat dann sein Amt antreten können auch mit starker Unterstützung vom Senegal zum Beispiel auch fast unbemerkt von der europäischen Öffentlichkeit in Sierra Leone und in Liberia in beiden Ländern hat es im einen 2018 nein in beiden Ländern in 2018 friedliche Regimewechsel gegeben in Sierra Leone von Corona zu Mada Bio und von Liberia da sind die Namen vielleicht etwas bekannter Alan Sir Liv Johnson zu dem ehemaligen berühmten Fußballer George Weir da gab es Wahlen und einen Regimewechsel und der fand reibungslos mehr oder weniger reibungslos statt dass wir alle ein Opfer einer Medienkultur sind wo eben die negativen Nachrichten viel interessanter sind wenn es einen Putsch gegeben hat oder sich prügelnde Massendemonstrationen gegenüber von Polizisten dann ist das eine Nachricht wert wenn ganz einfach Wahlen normal verlaufen sind kräht kein Hahn danach das Wichtige erwähnt Gambia da kommt jetzt schon ein anderer Aspekt herein dass nämlich der Präsident die Wahlen nicht anerkennen wollte und erst von außen gedrängt werden musste abzutreten in dem Fall war es im Wesentlichen die Regionalorganisation ECOWAS Musafaki hat ja darauf hingewiesen dass weder die Afrikanische Union die kontinentale Organisation noch auch die Regionalorganisation wirklich Mittel in der Hand haben um einfach einzugreifen bei solchen Dingen das ist für die AU sehr deutlich dass sich die keine Instrumente geschaffen hat um ihre teilweise sehr positiven Beschlüsse auch umzusetzen bei den Regionalorganisationen ist es sehr unterschiedlich es gibt manche die sind effektiver und manche weniger sowohl die Ostafrikanische als auch die Süd die Organisationen im südlichen Afrika sind in dieser Beziehung wenig effektiv die Westafrikanische die ECOWAS hingegen ist da relativ besser aufgestellt sie haben auch Truppen zum Beispiel die sie dann auch entsenden und in Gambia auf jeden Fall haben sie sehr wesentlich dazu beigetragen dass es dann schließlich zu einem friedlichen Regimewechsel gekommen ist in anderen Ländern sind sie auch nicht so erfolgreich im Burkina Faso zum Beispiel als es den Putsch gegen die Übergangsregierung 2015 gab hat Macky Sal der damals von der ECOWAS beauftragt wurde dort zu vermitteln hat dort eine wenig rühmliche Rolle gespielt da hat die Zivilgesellschaft die damals auch stark in Erscheinung getreten ist und auf der Straße demonstriert hat hat die Vermittlungsbemühungen von Macky Sal nicht sehr geschätzt weil sie vor allem auch dem Putschführer zu sehr entgegen gekommen ist aber sehr wesentlich war damals die Rolle des Militärs das ist vielleicht auch ein Punkt den ich noch herausstreichen würde in den verschiedenen Ländern wie ist die Rolle des Militärs im Senegal zum Beispiel spielt das Militär keine Rolle politisch die sind also komplett apolitisch und spielen dort keine Rolle wie man sieht in sehr vielen anderen Ländern der Region und in ganz Afrika ist das anders da gibt es in Mali einen Militärputsch und in vielen anderen Ländern auch ich denke dass die Rolle des Militärs eine sehr wesentliche ist was die Stabilität eines Landes betrifft und zwar nicht um eine quasi Stabilität zu implementieren sondern um die demokratischen Strukturen zu bestehen zu lassen und sich entwickeln zu lassen ja das ist sicher richtig es ist aber doch so dass heute das Militär nicht so häufig in Erscheinung tritt es sind eher Polizeiapparate die von den Mächtigen auf den Plan gerufen werden um Demonstrationen nach Möglichkeit zu verhindern oder kleinzuhalten das sind alles eben die Ingredienzen mit denen Afrika heute zu tun hat wir müssen natürlich auch sagen dass es bei uns ähnliche Dinge gibt das Paradebeispiel heute ist natürlich die letzte Entwicklung in den Vereinigten Staaten wo immerhin schlussendlich ein Sturm auf das sakrosankte Kapitol stattgefunden hat und dort die Polizei im Augenblick nicht einmal fähig war diesen Ansturm etwas entgegen zu setzen kommen wir noch einmal zurück jetzt zur Grundfrage die Ingredienzien die sich für die Demokratieentwicklung in Afrika ergeben sind ganz sicher zunächst einmal die Rolle der Präsidenten die in der Zwischenzeit so gut wie alle Tricks ausprobiert haben die man anwenden kann um ihre Herrschaft zu verlängern ein wichtiges Element dabei das vielleicht noch nicht sehr zur Sprache gekommen ist das Geld du hast erwähnt die Korruption der Sohn von Abdullai Wad hat jede seiner Mandate Ministerposten benutzt um Geld abzusaugen und wieder damit seine Machtposition zu stärken es hat einen sehr lobenswerten Versuch gegeben eines afrikanischen Großunternehmers Mo Ibrahim der im Sudan ein Mobilfunknetz aufgebaut hat und damit so viel verdient hat dass er eine eigene Stiftung gegründet hat die Mo Ibrahim Foundation und er hat dann etwas getan das alle überrascht hat er hat einen Preis ausgesetzt für jeden afrikanischen Staatschef der verfassungsmäßig zurücktritt und sich zurückzieht und das war ein Preis der nicht gering ausgestattet war 5 Millionen Dollar ein Jahresgehalt von 200.000 Dollar glaube ich ein eigenes Büro Seit 2005 haben bisher nur sechs afrikanische Staatschefs dafür wirklich die Voraussetzungen mitgebracht um den Preis bekommen zu können in den übrigen Jahren hat es das nicht gegeben das heißt nicht einmal ein solches großzügiges Angebot hat die Leute dazu veranlasst ihren eigenen Weg nämlich einfach an der Macht zu bleiben zu verlassen das ist richtig und man sieht dass bei sehr vielen Präsidenten die versuchen die Verfassungen in die Richtung zu ändern um eben an der Macht zu bleiben auch im Senegal war das immer wieder der Fall und sogar Macky Sall heute schließt nicht aus dass er entgegen seiner eigenen Verfassungsreform zu einer dritten Amtszeit antritt mit dem Argument das von vielen seiner Kollegen auch vorgebracht wird dass nämlich nachdem eine Verfassungsreform implementiert wurde die Zählung wieder von vorne anfängt das heißt die erste Amtszeit gilt nicht weil er in der zweiten eine Verfassungsreform nämlich die Verkürzung der Amtszeit vorgenommen hat und daher zählt erst die erste fünfjährige Amtszeit als die erste und daher kann er noch eine dritte anhängen es geht darum um diese Präsidenten um ihren Machterhalt um ihnen die Möglichkeit zu bieten teilweise ihre Einkommen weiter zu gelangen an ihr Einkommen zu gelangen und teilweise auch um gefeit zu sein vor Verurteilungen möglicher Vergehen sei es nun finanzieller Art aber in manchen Ländern auch zum Beispiel menschenrechtlicher Art und da spielt wieder meiner Ansicht nach die Afrikanische Union eine große Rolle die zwar einen afrikanischen Gerichtshof eingerichtet hat der auch Menschenrechtsvergehen urteilen über Menschenrechtsvergehen urteilen sollte dann aber eine Änderung vorgenommen hat und gesagt hat regierende Amtsträger dürfen nicht also haben Immunität was natürlich zur Folge hat dass jeder regierende Amtsträger versuchen wird möglichst lang im Amt zu bleiben um nicht in Gefahr zu laufen wegen Menschenrechtsverletzungen verschiedenster Art vor Gericht gestellt werden zu können das ist meiner Ansicht nach ein sehr fatales Zeichen für sehr viele ihre Amtszeit möglichst lang hinauszuziehen um dem zu entgehen und es hat schon einen Fall jedenfalls gegeben wo ein Präsident im Gegenzug für eine Verkürzung einer Amtszeit gefordert hat eine lebenslange Immunität gehen wir noch mal zurück zur Frage Zivilgesellschaft was ist das eigentlich in Afrika Moussafaki hat ja ausdrücklich davon gesprochen es gibt immer mehr Massenproteste er spricht dass das ausachten kann in Revolutionen oder dass Militärs daraus eine Legitimation für einen Staatsstreik sehen wie schaut das in Afrika wirklich aus Zivilgesellschaft ist grundsätzlich vorhanden teilweise in sehr kleinen Gruppen Dorf Gruppierungen die sich um Projekte kümmern auf einer großen Basis ist es meist entsteht es meist in in Opposition zu Regierungen sozusagen spontan wie zum Beispiel eben Yorna Mar das ich schon erwähnt habe im Senegal oder Le Ballet Citoyen in Burkina Faso die den langjährigen Präsidenten Combo Aure abgesetzt haben sie haben aber nicht auch nicht so ähnlich wie Parteien nicht diesen Zusammenhalt den wir zum Beispiel in Europa kennen sie entstehen auch Yorna Mar ist heute viel weniger präsent als es eben zur Zeit 2011 vor den Wahlen war es gibt dann natürlich daneben auch Menschenrechtsorganisationen die sich um gewisse Themen gruppieren aber es ist meiner Ansicht nach nicht so stabil oder so gefestigt wie unsere Organisation zum Großteil werden diese Organisationen auch von Europäischen unterstützt also die leben quasi von den Finanzen und von der auch Expertise und Unterstützung europäischer Organisationen haben daher wenig eigene Ressourcen finanzieller Art also da ist sicher ein Grund dafür warum sich diese Organisationen nicht stärker entwickeln können ein Journalist der Zürcher Zeitung hat schon vor 20 Jahren geschrieben die afrikanische Entwicklung ist von Krisen geprägt und die Leute die Afrikaner seien krisenerprobt und leidensfähig das heißt das heißt der Zeitpunkt wo jemand bereit ist wirklich auf die Straße zu gehen ist dort offenbar wesentlich länger in der Zukunft als etwa nennen wir Frankreich wo es keine paar Tage braucht um eine Gruppe auf die Straße zu bringen können habe vor kurzem ein Webinar mitgehört das genau zu diesem Thema auch etwas ausgesagt hat was ist das Verhältnis der Afrikanischen Union zu Afrika zur afrikanischen Bevölkerung und dort wurde von wirklich Dutzenden von Anrufenden oder sich Einwählenden Teilnehmern gefordert die Afrikanische Union müsse sich mehr um die Bevölkerung die Afrikanische Bevölkerung direkt gründen USA Fakir hat das ja natürlich angesprochen derzeit sind der Afrikanischen Union die Hände gebunden sie hätte die Möglichkeit aber das bedarf auch wieder einer eigenen Initiative direkt in den Ländern auch mit der Bevölkerung Kontakt aufzunehmen und das nehme ich wohl an wird vielleicht in der kommenden Periode der afrikanischen der 55 afrikanischen Mitgliedstaaten ein wichtiges Thema sein ich glaube wir sollten zum Ende kommen ich glaube wir haben einiges herausgearbeitet hier an Punkten die wichtig sind in diesem Diskussionsverhältnis zwischen Europa und Afrika zu diesem Kernthema wir wissen dass wir in Europa selber auch mit großen Demokratie Problemen konfrontiert sind so wie Afrika vielleicht wäre es interessant diesen Diskussionsprozess den wir beide brauchen von Zeit zu Zeit miteinander zu koppeln und zu sehen ob wir nicht auch hier gemeinsame Probleme und gemeinsame Lösungsansätze finden ich fürchte wir werden uns wirklich sehr zusammennehmen müssen um nicht wieder zu glauben dass wir Afrika etwas beizubringen haben ich glaube es ist klar und das ist auch die Aussage die wir hier haben von Musafaki Afrika muss selber sein eigenes Modell entwickeln ich möchte hier am Ende noch ein Zitat bringen das hier vor zwei Wochen entstanden ist in einer in einem Festvortrag von Franz Schuh zum 110. Geburtstag von Bruno Kreisky das war am 22. Jänner Franz Schuh hat sozusagen zur Politik und Demokratie Politik Kreiskys geredet und hier habe ich nur ein ganz kurzes Zitat herausgegriffen Kreisky war wahrlich ein politisches Lebewesen das einen großen Teil seiner Kräfte in die Politik investierte Politik sie unbedingt ausüben zu müssen definiert manche Menschen und manche Menschen definieren ihrerseits die Politik die nach ihrem Wirken nicht mehr dieselbe sein kann wie zuvor Menschen sind Wesen denen nichts anderes übrig bleibt als durch Politik die Vielheit der Einzelnen zu einer nicht auseinanderbrechenden Einheit zu modellieren und ich glaube diesen Satz können wir uns genauso wie Afrika vornehmen als einen Leitfaden für die kommenden Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich ich danke dir vielmals für die Zeit die du genommen hast und für die Vorbereitung und ich hoffe wir können ähnliche Themen in den folgenden Monaten hier aufgreifen danke vielmals bis zum jen bis zum bis zum